Heute gibt es mal wieder einen musikalischen Gruß für alle Jüngeren und der kommt wieder direkt aus meinem Wohnzimmer zu euch nach Hause. Ich hoffe, es geht euch allen noch gut. Uns ist noch nicht gar zu langweilig und anstrengend, immer nur zu Hause zu sein, ohne Schule, ohne Kindergarten. Ich hoffe, es fällt euch immer noch was Spannendes ein, was ihr machen könnt, was ihr spielen könnt, auch wenn Mama und Papa vielleicht nicht immer Zeit haben, weil sie mal arbeiten müssen oder weil sonst Dinge zu tun sind. Ich habe mir jedenfalls heute ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Da sind sie die beiden, Frieda und Paul. Zwei kleine Schlangen. Und wir wollen ein Lied mit den beiden singen. Da geht es darum, zu erfahren, wie die beiden sich kennengelernt haben und was die so den ganzen Tag machen, was die so erleben und wie das in ihrem Leben so ist. Und ihr dürft gerne wieder mitmachen und ihr dürft immer das mit euren Armen mitmachen, was die beiden Schlangen hier so machen. Und bevor es losgehen kann, müssen erstmal alle Arme hinterm Rücken verschwinden. Eine kleine Schlange wird früh am Morgen wach. Sie rekelt sich und streckt sich, sagt freundlich guten Tag. O lalala, o lalala, ks, ks, ks. Oh lalala, o lalala, ks, ks, ks. Eine andere Schlange kommt zufällig vorbei. Sie sieht die erste Schlange und sagt ganz einfach Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Zwei lange Schlangen, die schauen sich richtig an und jeder zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen kann. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Zwei lange Schlangen, die schleichen querfeldein und beide beschließen, komm lass uns Freunde sein. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Zwei lange Schlangen, die schwimmen durch den Fluss und geben sich am anderen Ufer einen dicken Kuss. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Zwei lange Schlangen, die schmusen auch ganz gern und wenn sie so verschlungen sind, dann darf man sie nicht stören. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Zwei lange Schlangen, die haben auch mal Streit, die beißen sich und kratzen sich so lang, bis einer schreit. Au! Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Zwei lange Schlangen, die schlingeln viel herum und wenn sie müde sind, dann drehen sie sich zum Schlafen um. Oh lalala, oh lalala, xx, xx. Oh lalala, oh lalala, psst, psst, psst. So ist das mit den beiden Schlangen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Lied. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020